André, du bist verantwortlich für das komplette Hairstyling hier auf der Fashion Week in Berlin, das größte Mode-Event deutschlandweit. Wie gehst du mit dieser großen Verantwortung um? Wir sind ja gut vorbereitet. Das ist für mich das 15. Mal. Also ich bin jetzt kein Seiteneinsteiger oder Newcomer. Wir haben das irgendwie mal miteinander entwickelt. Ich habe mal angefangen mit 11 Shows, heute mache ich fast 40. Also das hat alles schon eine gewisse Routine bekommen und ebenfalls in der Mach-Art, wie wir es handeln. Es gibt immer Neues und es sind immer neue Herausforderungen, aber das ist auch schön. Das macht dir den Beruf auch interessant. Also ich habe mir heute wirklich eine sehr moderne Frisur überlegt. Also ein Pony-Schwanz. Das war so ein Pferdeschwanz. Das war so ein bisschen die Idee. Ich sage schon Pony-Schwanz, weil es wirklich so klein ist. Wir wollten ihn etwas höher ansetzen, dass er wirklich modern und urban wirkt. Wir wollten aber auch einen fixierten am Pferdeschwanz, also am Hinterkopf fixiert ist und trotzdem ein bisschen baumeln. Das war schon länger der Plan, weil ich mit André ja auch eng befreundet bin. Und wir haben schon, glaube ich, vor drei Monaten schon während der Mediare Schnitt überlegt, was können wir machen. Das war unser beider Wunsch. Ich habe gesagt, komm, gib mir noch ein bisschen Zeit, bis wir den Look auch stehen haben. Und jetzt würde ich sagen, passt es perfekt zum Style. Ich finde es ein super schicker, moderner, eine moderne Aussage. Toll! Was machst du mit den Models, die jetzt kurze Haare haben oder feine Haare? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also man kann eine ganze Menge mit Haarverdichtung natürlich arbeiten. Also das ist etwas, wo man keine Angst vor haben sollte, das einfach mal auszuprobieren, weil es halt einfach ein tolles Hilfsmittel ist, das man einsetzen kann. Und gerade wenn man Haare auch verdichtet, kann man halt einfach mal so ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, mit den Haaren auch spielen. Ja, wir brauchen eine Haarte, wenn ja nicht alle Mädchen Haare haben, bis zum geht nicht mehr. Aber manche brauchen es nicht. Aber ich finde es gerade schön, eben auch ein bisschen zu tricksen mit den Haaren. Warum? Weil ja so viele Frauen heutzutage auch Extensions in den Haaren haben. Ich glaube, wenn man extreme Looks auf den Catwalk bringt, da muss man manchmal eben auch ein bisschen fummeln. Und das tun wir hier in dem Fall. Aber der Look ist trotzdem auch machbar für Frauen, die jetzt nicht so extrem viele Haare haben. Man kann es sehr schön nachbauen. Ja, also wir haben jetzt gesehen, dass ja ganz strenge Zöpfe getragen wurden bei den Models. Aber witzig gemacht irgendwie, relativ hoch gebunden. Gearbeitet wurde mit Quickies. Das habe ich hier bei der Alex auch jetzt gemacht. Und wir haben jetzt bei der Alex noch ein kleines Highlight gesetzt. Wir machen nämlich dann auch jetzt gleich im Anschluss für den nächsten roten Teppich auch gleich eine Frisur, auch mit Zopf. Und das Highlight wird sein, dass wir hier so einen kleinen Effekt drin haben. Diese kräftigen Farbeffekte mit den Quickies, die dann eben den Zopf nochmal zu etwas Besonderem machen. Mit den Hairdings kann man super arbeiten. Man kann tolle Frisuren kreieren. Ich fühle mich auch jedes Mal ganz anders. Mit einer ganz anderen Ausstrahlung, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Und heute immer mit einem roten Strähnchen. So, jetzt muss ich aber schon wieder weiter zur nächsten Show. Das geht hier ja. Zack, zack, zack. Tut mir leid. Also, tschüss.